Willkommen zurück, wir haben gerade Kapitel 5 abgeschlossen von Transformers Devastation und jetzt geht es weiter also wir passen mal zur Auffrischung wir haben jetzt gerade Sharkwave besiegt war ein ne gerade einfacher Kampf und Megatron ist mit dem Plasma Kern entkommen leider das müssen wir jetzt nochmal irgendwie verhindern dass er die Erde innerhalb eines Tages Cyber formen kann Schockwave Blaster wow der ist gut so als erstes bevor es jetzt nochmal richtig los geht werde ich Doppel Blaster wird hier setzen durch den Shockwave Blaster einfach nur weil der Schaden einfach massiv höher ist so so ich habe so gefühlt alle meine Reparatur Kits verbraucht im Kampf und sonst Oh mein Gott so 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 das sieht mir nach einer so Ich freue mich schon darauf, dich dort zu töten. Obwohl das machen, die Autobots ja nicht. Das ist eigentlich so ihr einzige Nachteil, dass sie halt nicht töten an sich. Beziehungsweise teilweise aber. Oh, wow. Ja, ich denke, die Autobots wird. Irgendjemand, ja. Ich bin der einzige, der hier ist. Jetzt seid ihr alle von uns. Ah, schön. Du weh. Ey, warte. Scheiße. Jetzt tun wir mal in Kombi in Ruhe, Alter. Oh, wie. Klassischen einfach überhaupt keine Probleme mehr. Mann. Gut. Okay. Okay. Mit Aufhegepricht. Vollgas. Sehr schön. Nein. Ich wollte das nur einsammeln. Deine. Sperte муж noch nicht. Messer mich. Nein. Deborah. Ich werde. Ich werde mich überrasst. Du um. Ich werde mich überrasst. Ich werde dir. Es geht um... Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Bäm. Oh. Fuck. Wheeljack. Aber wie? Haben die anderen ihn nicht geschützt oder was? Also, ich mein, gut, ich muss sie auch beschützen, aber ich bin ja der Einzige, der da irgendwie mal mit den Größeren klarkommt. Ja, ja. Ohohoho, komplett von vorne. Hätten wir wenigstens direkt bei Phase 2 starten können, da wo es aufgehört hat. Die sind doch wieder reihenhalb von Thomas Universums, irgendwie mit ihrem Hammer. So, double kill. Nein, da nicht. So. Wir müssen diesen Armverputt machen. Und hier immer. Ja. Mensch. Was so? Es sind immer die Drecksgeschäften Wichser. Mann. Okay, also wenn das kommt, ne, ich muss sie sofort ausschalten. Das sind echt die größte Bedrohung. Aber es ist schwierig, wie mit dem Schild wirklich auszuschalten. So. Ja, los. Warum ich auch immer wieder oben drauf stehe dann? Ja. 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 I'm trying to hit me! Out of the way, Lockhead! Sucker! Gorgeous! Neversteady! Nein! I want to use the shotgun blaster, man! There's only three! Man! I can't do that! Zerstört! I can't do that! 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 Bitte! Ist klar! Alter! Das kann man doch gar nicht machen! Die... Die stehen da oben und da kommst du einfach nicht ran! Was soll das denn? Du kannst den Schild ja auch nicht durchschießen, du musst dich ja wirklich durchschlagen! Und schlagen! Okay! Nee! Ich bleib mir jetzt mein Scheiß-Vertür übrig! Alter! Das ist schild! Oh! Itulich! Der Wind ist diegüte! BAM! Ich bin jetzt nicht einfach... Ich bin jetzt nicht so... So... Alter, was sind die Dreckste hier? Natürlich brauchen wir Was glaubst du? Mache ich hier gerade Oh, er ist tot Ja, könnte ich auch mal wieder was machen Ich... Ja, das geht gar nicht Man kann das nicht schaffen Was soll denn das? Man kommt nicht durch den Scheißschild von dem Viech durch Mit einem Special-Raketenwerfer kriegt man das auch nicht hin Und nur wenn ich schnell genug bin, kann ich bevor er den Schild macht Ist man es schaffen Irgendwie muss ich da doch da durchkommen Ich werde das nicht verletzen Ich werde das nicht mehr 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 Wir haben die Begrüße die Stimmen einfach bloß mit Ballern. Mann ey. Nein. bin ich das das glaube ich finde ich das Okay, Nummer 1 ist weg 2 ist weg Was? Ich glaube ich hätte den Wendschwitz doch mal ordentlich ausgehen sollen oder so und nicht mehr noch einkonzentrieren Ähm Oh nein Oh nein Ja, ich weiß, Mensch. Unsubstumiert. Bin ja nichts. Beschissen. Wieder hoffen, dass er sich um Wheeljack kümmert. Und weg mit dem Schatzling. So. 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 Jetzt sage ich dir noch, wenn ich kann das. und wenn es doch noch irgendwie geschafft ich weiß nicht wie aber ich habe geschafft los gehts leute ja natürlich bin wieder allein weil du scheiße das megatron das will ich auch hinterhalten und das jetzt Stehen hinter, nein das ist ein Kantalang, oh Gott, ich kann hier nicht unterfallen das ist nicht gut, bitte was? Geht du so eine ewig lange Brücke bauen? das sind worten ist nicht erlaubt Oh man, 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 man. Alter, der kommt runter am Fernsehen. Nein, nicht schon wieder! Ja, jetzt kommst du, oder was? Ja, jetzt kommst du, oder was? Alter, der weg, du Lockhead! Füch, 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 füch. So. So. Zack. Tja, dann hast du nun davon, alter. Uiuiui. Das ist zu nahe. Okay. Hier, ich halte mich, glaube ich, erstmal. So. Dann machen wir hier wieder einen Cut. Ja, das war grad schon wieder ganz schön spannend und wir sind schon wieder an unser Zeitlimp gestoßen. Tut mir leid. Aber im nächsten Fall geht's wieder richtig ab. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen. So. So.